Die UEFA Champions League Wir hoffen, dass sie lange dabei sein können, dass vielleicht sogar die ganz großen Träume in Erfüllung gehen können. Es ist eine erste Standortbestimmung. Es gibt nichts Größeres im europäischen Fußball als diese UEFA Champions League. Die wollen sie alle gewinnen. Diesen Titel wollen sie alle unbedingt holen. Das merkst du vom ersten Spieltag an. Das ist die Aufstellung in diesem Spiel. Schauen wir uns mal ihre Formation an. Sie werden in diesem 4-3-3 die Flügelstürmer draußen eng an der Linie halten und dann versuchen die Bälle scharf reinzubringen. Und so wird Red Bull Salzburg in diese Partie gehen. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Ich glaube, ich kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Die Gastgeber werden es in dieser Partie immer wieder mit starkem, mit frühem Pressing versuchen. Gute Entscheidung, wie ich finde. Eine nachvollziehbare Entscheidung, denn das ist ihre ganz große Stärke. Macht ihr gut! Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Einwurf. Guter Pass jetzt. Aus dem Angriff können sie nichts machen. Früh wird er jetzt gestört. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Junusowitsch. Das könnte die Chance werden. Ball läuft gut jetzt. Ah, sie verlieren den Ball. Super Pass. Gute Idee, dieser Ball. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann macht er das perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Und damit hat der Keeper nicht gerechnet. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Er spielt die Zurück. Guter Doppelpass. Sieht vielversprechend aus. Klasse Chance jetzt. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Junusowitsch. Sie spielen die einfachen Bälle. Holen sich zur Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Antoine Bernet. Da steht die Abwehr sicher. Entschlossen geklärt. Deophil Katerin. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele immer wieder. Sehr souverän. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jetzt der Schuss. Das Tor sollt ihr erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Hier steht es 2 zu 0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Schöner Pass jetzt. Ball ist wieder weg nach dieser vielversprechenden Aktion. Schönes Zuspiel hier. Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben wirklich Geduld. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da hat er die Chance. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Gebt ein Wurf. Und schon ist der Ball weg. Guter Pass jetzt. Erasmus, Nissen, Christensen. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Jetzt die Chance. Aktion geht weiter. Es bleibt gefährlich. Jetzt können sie vielleicht kontern. Nachspielzeit wird angezeigt. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. Ja, ja. Ohne große Mühe. Den Ball abgefangen. Gute erste Hälfte, sie liegen mit 2 zu 0 in Front und nach der Pause müssen sie einfach so weitermachen. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Hatte einige gute Szenen heute und dann war es ja klar, dass er seine Tore macht. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. André Ramayu. Ballverlust. Theophil Katerin. Erneut so ein hervorragender Passt. Es wird gleich den Wechsel geben. Ja, bei der nächsten Unterbrechung. Er kann es machen. Da geht er hin und kann den Schuss abwachen. Erneut so ein hervorragender Passt. so langsam wird es gefährlich schaut sich um wo ist vielleicht die lücke guter einsatz das war wichtig maximilian wöber andrea maio wird das seine tor chance ja da ist er zur stelle ball gewinnen der ober der forder den ball wenn sie noch mal ins spiel kommen wollen müssen sie jetzt reagieren und das macht der trainer auch er nimmt den wechsel vor schlägt immer ein hereingabe kam gut aber der ball ist erstmal weg da musste der tote nicht eingreifen der verteidiger hat geklärt andrea maio junusowitsch junusowitsch und da verlieren sie den ball jetzt will man mit dem wechsel noch mal neue akzente setzen insbesondere in der offensiv wäre das nötig sie liegen zurück er war hier aber der ball bleibt im spiel der ball kommt hoch rein alles könnte was werden jetzt kampf jetzt um den ball besitzt sehr gut aufgepasst da wäre jetzt viel platz für den konter da wäre jetzt viel platz für den konter er holt sich den ball ulma klasse wie er das macht holt sich den ball sie haben den ball und bei ihrer enormen ball sicherheit geben sie den natürlich jetzt auch nicht mehr her man kann es ihnen eigentlich auch nicht verdenk er hält mir gut was sie da heute in sachen passspiel zeigen ja ist schon klasse immer wieder sind die anspielstationen da und das auge bei fast allen das passt ulma maximilian wöber anto 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 bernet anto anto bernet anto anto bernet noch mal das tor in der wiederholung sie zieht den kontakt perfekt auf da ist er einfach gedanken schneller als die verteidigen ja in der tat viel zu schnell und im abschluss auch noch effizient eindeutiger spielstand hier und viel zeit bleibt nicht mehr auch nicht für kosmetik übrigens regulär sind hier noch drei minuten maximilian wöber junusowitsch macht er gut hier sie dich ungefährlich aus jetzt vielleicht der konta super dieses zuspiel klasse gespielt guter steifers ein fantastisches tor und da macht er gleich sein joker tor klasse wie er sofort da ist da schauen wir uns das tor noch mal an zunächst der wirklich gute pass in die tiefe und hier sehen wir wie er die gesamte abwehr einfach abhängt und wolf am ende hatte auch noch die ruhe den ball ganz cool im tor unterzubringen da ist der schluss sie müssen sich am ersten spieltag also mit einer niederlage abfinden das ist der fehlstart stehen hier in der uefa champions sieg jeder vermeiden wollte so eine enge gruppe du musst jedes spiel ernst nehmen immer 100 prozent geben sonst kommt eben so was dabei raus und ich bin gespannt wie es weitergeht nächstes spiel trotz reaktion das ist angesagt schluss 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 Untertitelung des ZDF, 2020